Ich spreche sie jetzt einfach an. Ja, ich habe gerade jetzt den Part gestartet. Hallo Leute. Und wir werden jetzt gegen Agatha kämpfen. Mazl hat ein Problem, das habt ihr jetzt nicht ganz mitbekommen, aber er fing jetzt gerade an zu meckern, weil er anscheinend keine Heal-Items mehr hat. Null, nichts. Ich habe nur noch drei Beleber und ich hatte 22. Das habe ich auch ein paar Mal angesprochen, als ich mir extrem viele gekauft habe. Obwohl das da natürlich nicht so ein paar Teile war. Oh, die Genga ist viel stärker als meins. Psychokinese. Scheiß drauf, das Genga ist tot. Ja, ist es auch. Weil Psychokinese effektiv ist, weil es Gift hat. Boom. Erstmal fliegen gegen Golbat. Golbat. Habe ich was gegen Golbat? Ich habe nichts gegen Golbat. Ich schon. Was ist Golbat denn noch? Ist er auch Gift oder nicht? Es ist sogar Flug und ich kann es mit meinem Flugattack. Ja, Fluggift ist es. Also nochmal Psychokinese. Es ist auch tot. Alter, wie es überlebt. Und dann Konfustrahl. Fick dich. Ja, deswegen bin ich auch als erstes geflogen, weil ich Angst vor sowas hatte. Dann bin ich den gedodget. Boom. Die ist ja ein Snake. Also die Arena-Leiterin ist ein Snake. So, erstmal dich. Es macht jetzt nochmal Konfustrahl. Okay, das Spiel können wir lange treiben. Dann wechsle ich jetzt wieder Genga ein. Und kommt nochmal Konfustrahl. Nein, diesmal beißt es mich. Aber das tut wehtun, oder? Ich wurde auch gebissen. Äh. Das ist nicht effektiv. Ja, komm, Shadow Ball. Also. Habe-Leber habe ich noch drei Stück. Die will ich aber eigentlich hauptsächlich für mein Ding einsetzen. So, ja. Agilität brauchst du nicht. Ein Alt-Holo. Also die Top-4 können dich schaffen. Aber dann 8 wird schwierig. Der Rivalkampf, obwohl du vorhin noch einen ganz locker gewonnen hast. Also jetzt habe ich die Arena leider dann fertig. Nur mit meinen Jawor-Mann. Zum Glück. Aber auch hat auch Gift, ne? Glaub ich. Ja, ja, ja. Das ist ne fucking Schlange. Ich geh schon mal in die nächste Reihe und warte dort. Jo. Oh, das tut wieder weh. Aua, aua, aua. Lol. Oh, okay. Jetzt kommt. Jetzt schon. Fett. Der fette Junge. Der Junge kriegt jetzt ordentlich aufs Maul. Drachentrainer, oder? Oder wer kommt jetzt? Der ist der vorletzte, oder? Warte mal. Das ist doch der letzte. Der letzte dürfte Drachenkampf. Ja, der letzte von den Top-4ern. Ja, das dürfte Drachenkampf. Darf man sich vor dem Rivalenkampf nochmal heilen? Nein. Natürlich nicht. Ich hasse dieses Spiel. Ich hasse dieses Spiel. So, komm. Oh Gott, Hypnose. Oh Gott, es misst. Grill ist einfach. Danke wohl, Nona. So, ich hab ein Pokémon verloren, mein Gengar. Das hat dann doch irgendwann den Geist aufgegeben. Aber wir gehen jetzt weiter. Leute, jetzt geht's um die Wurst. Oder ich sag mal, fast um die Wurst. Der letzte der Top-4. Siegfried. Der Drachen-Pokémon-Trainer. Kämpfst du schon? Äh, nein. Ich spreche ihn nur gerade an. Äh, Jus. Ich mach mal kurz Gengar einmal hier. Hallo, dürfte ich bitte? Und dann Gengar noch einmal eine Hyper-Potion reinknallen. Und dann tue ich jetzt meinen Aquana nach vorne. Denn Eisattacken sind effektiv genau wie Drachenattacken. Mein Drachen-Pokémon ist aber noch nicht ausgereift. Was vielleicht ein Fehler war, damit in die Top-4 zu gehen. Ja. So, womit fängt der denn an? Also ich hab noch Garados. Ah, scheiße. Er fängt mit dem Garados an. Ich hätt vorher gucken sollen. Purensohn. Er fängt wirklich, okay. Dann könnte ich versuchen, mit meinem Pikachu zu wahren. Los geht's. Also ich geh jetzt rein. Kein Bock mehr zu wahren. Garados. Flug, Wasser. Ja, super Sache. Komm. Da hätt ich auch mit meinem Dings rangehen können. Aber ich will nochmal versuchen, hier mit ranzugehen. Dragon Rage. Ja, ich rage auch gleich wie ein Drache, Alter. What's up, du? Nochmal Dragon Rage. Aua. Ja, der wird auf jeden Fall... Okay, bite. Bums. Tot. Okay. Bye-bye. Aber Garados ist paralysiert. Hey. Ähm. Los, ja, aber Mann. Mein fetter Freund. Ach, ich weiß auch nicht, was ich jetzt machen soll. Fliegen. Ha, ja, Hyperstrahl macht das Vieh, Alter. Come on. Achso. Okay, ich hab verkackt. Auf jeden. Auf jeden. Bis... geht doch endlich das Vieh tot. Ähm. Bum. Ich hab keine Ahnung. Wasserfluch. Okay, Garados habe ich schon mal. Du dürftest wenigstens neutral ankommen. LOL. LOL. Okay. Okay. Ich geh halt hier mit auf die Fresse. Komm, Shadow Ball. Alter. Und dann, Gigadwine. Alter, warum tötest du ihn nicht? Shadow Ball. Oh, f*** den. Na ja, klar. Er ist flug. Dann ist es ja wieder normal effektiv. Stimmt ja. Das ist ein Problem. Hurensohn. Boom. Da hast du. Aquana, du bist dran. Hat das Vieh überhaupt schon Drachentyp? Das ist nur Drachentyp sogar, ne? Ja. Perfekt. So, jetzt erst mal. Erst mal fake. Outrage. Autsch. Ace Beam. Das dürfte sehr effektiv sein. Ich hab einen Max Revive. Und den kriegt mein Java-Man jetzt. Outrage. Aua. Äh. Surfer, komm. Das sollte reichen. Nicht sehr effektiv, aber trotzdem gereicht. Sehr schön. Oh, die Slam. Das ist gar nicht mal so schlecht. Ist auch paralysiert. Okay, jetzt muss ich erst mal Rest durchkriegen. Ist confused. Ah, natürlich kommt er. Ach, natürlich. Ace Beam. Drache ist gegen Drache effektiv, oder? Ja. Gut. Du hast einen Drachen? Ah, ne, du hast einen Fieberstrachen, die attacken kann. Stimmt, ja. Mein fucking Java-Man gibt jetzt ordentlich auf die Fresse. Und ich hab Drachenklaue. Super effektiv. Boom. Here we go. Nichts stellt sich meinem Java-Man in den Weg. Arirotaktyl. Boom. Super effektiv. Haus weg. Das gleiche Fiech gleich nochmal gemacht. Ja, fick dich. Java-Man, du schaffst das, du Hurensohn. Los. Ich glaube nur an meinen Java-Man. Das Problem ist, dass ich meinen Java-Man noch nicht mal wiederbeleben könnte. Theoretischerweise, weil, äh, scary face. Steck dir dein scary face in den Arsch. Ich hab keine Ahnung, was ich gegen den Schiff machen soll. Oh mein Gott, er ist damit durchgekommen. Oh shit. Überstrahl hat keinen Effekt auf Gengar. Antique Power-Tür wieder wehtun. Ring Attack. Boom. Okay. Ich hab's geschafft. Aber weiter komm ich nicht. Ein Java-Man hat noch Dings. Es wär eigentlich schöner, wenn Java-Man jetzt... Ich bin halt richtig am Arsch. Weißt du warum? Ich hab noch nicht mal die Chance, meinen Dings, meinen Java-Man wiederzubeleben. Weil, wenn ich ein neues Pokémon rufe, also wenn Java-Man stirbt, dann kann ich nur Garados rufen, Garados hat 4 HP, wie du weißt. Kann man Items vergeben, weißt du das? Wie Items vergeben? Items anderen Trainern geben. Ich glaube nicht. Max Revive. Dich brauche ich gleich ganz dringend wieder. Wenn das Vieh hier tot ist. Was es jetzt gleich hoffentlich endlich mal sein wird. So. Jetzt hab ich ein Problem. Ähm. Flug. Safeguard. Warte mal. Flug. Curry, bist du nett? Hm? Man kann Pokémon tauschen. Ich weiß. Outreach. Aua. Kannst du mein Dings heilen? Ich hab selbst nichts mehr. Oh shit. Was hab ich denn noch? Ich hab noch dreimal Rewive. Einmal Star Piece. Wow, ich hab ihn echt besiegt. Max Potion hab ich noch. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich hab noch zweimal Max Potion gehabt. Ich hab's nicht gesehen. Full Restore. Ich muss jetzt mal ganz kurz gucken. So, ähm. Full Restore hab ich auch noch zweimal. Ist das so, GG? Okay. Das geb ich erstmal ein Garados. Warte mal, was hab ich für einen Starter genommen? Ich hab Bisaflor. Das heißt, er hat Glurak bei mir. Also hat er bei mir Taubos, Simsalah, Kokowai und Garados hat er bei mir. Was hat er bei mir? Was hast... Du hast Turtok als Schwäche, ne? Bei dir. Bei dir hat er Taubos, Simsalah... Ne, Rizeros hat er bei uns beiden auch noch. Also Taubos, Simsalah, Rizeros, Kokowai und Akani hat er bei dir. Achso, sein Turtok ist Level 63. Das ist ein Wasser-Pokémon, oder? Sein Turtok... Fragst du mich jetzt grad echt, ob Turtok Wasser ist? Ja. Du weißt, was Turtok ist, oder? Nein. Die letzte Entwicklung von Shigi. Gut. Ähm... Es ist Wasser. Also ich hab ganz klar verkackt. Ich hab auch verkackt. Mit welchem fängt er an? In welcher Reihenfolge? Taubos. Taubos. Okay, gut. Dann? Ja, dann kann er ja wechseln, wie er will. Nach Reihenfolge kommt dann Simsalah eigentlich. Okay, ich geh durch. I don't give a fuck. Jetzt, jetzt, jetzt gibt's... Stress. Krieg. Krieg! Gengar. I'm the most powerful trainer in the world. Du bist der beschissenste Gegner in der... Ach, okay. Ähm, er fängt mit Taubos an. Was war nochmal... Flug war... Was war gegen Flugeffektiv? Was hab ich denn gesagt? Weiß ich nicht. Gesteinattacken. Und Elektrizität. Fuck! Hätte mein Dings als erstes nehmen sollen. Aber jetzt habe ich mein Ja, aber man. Haha. Das Dumme ist, ich hab nichts gegen den. Ich werd' wahrscheinlich schon gegen Taubos wipen. Ich hab' nichts gegen Taubos. Wenn ich das grad richtig im Kopf habe. Ja, ich füll' mal kurz Attacken bei mir einfach nur auf. Ich füll' voll im Arsch. Aber wirklich mal. Ich versuch' grad mit allen Mitteln irgendwie noch was zu reißen. Wenn ich den Level abkriege, lebt er aber nicht wieder, ne? Ah. Ja, komm. Uh. Firespan bräunig. Damit sie wenigstens auch eine bessere Chance hat. Drei mal Fulvistor haben wir. So. Flug hätte ne Kampfschwäche. Gengar ist der Einzige. Ne, Flug hat keine Kampfschwäche, ich Idiot. Ähm. Ich hab' nichts Effektives gegen Taubos. Ja, Elektro und... Oder kämpfe ich wenigstens Flug mit Flug. Aber der hat ein viel höheres Level. Und Taubos wird auch bestimmt schneller sein. Oder ich versuch's mit Psychokinese oder so. Ich weiß es halt grad wirklich nicht. Wie ich da jetzt am besten vorgehe. Und das ist grad das, was ich versuche... ...herauszufinden. Das ist kacke. Ja, du kannst noch nix reißen. Das hätte ich dich ja reingesetzt. Aber das Ding ist... ...zehn Level über dir. Brauch ich Gengar für was anderes sonst später noch? Zimsel, da riecht's doch aus Kokowai. Ich glaube nicht. Ja. Hallo, Java. Jetzt geht's ab. Tun wir halt, dass jetzt diese Auswahl so lange gedauert hat. Aber diesen Kampf, Leute, sehen wir erst im nächsten Part. Also, wir gegen den Champion, Java. Bis dahin, Leute. Ciao. 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 Ciao.